Die Elysium aus dem Lidl für 2,99 Euro von Beko natürlich. 16 Schuss Feuertopfbatterie, winzig kleines Teil. Die des Covery ist genauso groß und habe sie letztes Jahr noch nicht gehabt. Deswegen jetzt, 2016, werde ich sie das erste Mal testen. Die Elysium hier hat eine NEM von 80 Gramm. Bin ich mal sehr gespannt, was sie kann. Bis gleich. So, heute gibt es die Elysium, eine 2,99 Euro Batterie, beim Lidl zu kaufen, Feuertopf und ich wünsche euch viel Spaß. Für den Preis und die Größe auf jeden Fall zu empfehlen. Cooles Teil!